Rein in die Masse gegen diesen japanischen Spieler. Wir spielen einfach mal den Lava-Hunt hinten. Lava-Hunt First Play und der Hunger ist gegessen. Jetzt wird es interessant. Ich würde sagen, wir spielen einfach die Flugmaschine. Oder wir warten einfach. Ja, lasst einfach warten, oder? Wir warten jetzt einfach. Lassen die Bogenschützen connecten. Spielen dann eben die Flugmaschine rein, genau. Und ob der Turm jetzt fällt oder nicht, ist es mir völlig egal. Wisst ihr das? Es ist mir einfach völlig egal. Es geht mir komplett ab. Pop ist vorbei. Ich spüre jetzt hier den Lava-Hunt rein. Den Holzteller würde ich sagen. Zack. Müssen natürlich jetzt ein bisschen warten, wenn der Gegner Elektrogeist hat. Genau, okay, da kommt der Tesla rein. Ja, er hat, oh, er hat Elektrogeist aber nicht bereits gespielt. Was ist denn da los? Alter, das hätte ich ja nie, 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 niemals an einer Stelle gemacht. Du denkst doch nicht, du kannst das verteidigen, oder? Bist du ein Dulli? Bist du ein Dulli? Bist du ein Dulli? Du bist ja ein Volldulli. Was war das denn? Das ist ja das schlechteste X-Punkt-Spiel in der Welt. Du kriegst einen Orden für deine Schlechtigkeit.